In der Gemeinde Talwitz wurde zur Rundfahrt geladen. Grund dafür die Nominierung der Kommune als sächsischer Kandidat für den Europäischen Dorferneuerungspreis, der von der Europäischen Arbeitsgemeinschaft Landentwicklung und Dorferneuerung vergeben wird. Bürgermeister Thomas Pöge begrüßte die Juryvertreter im Park Karnitz. Der Wettbewerb läuft in diesem Jahr unter dem Motto Brücken bauen. Wie passend für den Ort, der einigen auch als Brückendorf bekannt ist, aufgrund der Lage an sieben Brücken. Unter der Überschrift Talwitzer Wasserdörfer läuft die Bewerbung Im Fluss der Zeit, in der sich die Tätigkeiten wie ein blaues Band in den verschiedenen Bereichen verbinden und durchziehen. Der Park Karnitz ist ein Ort, an dem Natur verbunden mit Geschichte erlebt werden kann. Ein Ort, der sich der Umweltbildung verschrieben hat. Jährlich wird dieses Angebot von rund 2000 bis 3000 Kindern genutzt. Mit diesem Startpunkt wurden wichtige Ankerpunkte der Talwitzer Entwicklung der internationalen Jury präsentiert. Brücken bauen wird hier gelebt und groß geschrieben. Bereits zu Beginn des Juryrundgangs machte Bürgermeister Thomas Pöge dies deutlich, indem er kurzerhand ein Jurymitglied per Video zuschaltete und per Handy durch das gesamte Gemeindegebiet während des Rundgangs führte. Während der Fahrt durch Talwitz wurden die Tätigkeiten des Wassergutes Karnitz präsentiert. Der Musterbetrieb für ökologischen Landbau bewirbt sich für die Ausrichtung der deutschlandweiten Öko-Feldtage 2025. Kein geplanter Haltepunkt der Rundfahrt, dennoch kennzeichnend für die funktionierende Dorfgemeinschaft, zeigt sich ein Trafo-Häuschen, welches auf Initiative des Heimatvereines Nischwitz verschönert wurde. Ein Heimatverein, der sehr aktiv ist. Gemeinsam mit der Kirchgemeinde wird hier das Projekt Kulturkirche umgesetzt. Eine Kirche, die multifunktional nutzbar und zum Kulturzentrum entwickelt werden soll. Laut Bürgermeister Pöge agieren Dorfgemeinschaft und Kirche hier in einem Boot und gehen gemeinsam neue Wege, wovon beide profitieren können. Zwei bedeutende Gemälde sollen hier auch Platz finden, die zum einen aus evangelischer, zum anderen aus katholischer Richtung stammen. Vereinigung auch hier. Am Mulderadweg liegend grenzt das Schloss an. Davor befindet sich die alte Milchrampe. Ein damaliges Holzgestell, welches früher Treffpunkt des Dorfes war und wieder werden soll. Vor dem Herrenhaus Röcknitz wurde die Jury vom großen Begrüßungskomitee des Heimatvereines empfangen. Dieser ist mit seinen 84 Mitgliedern ständig in Bewegung, um das Herrenhaus mit Ausstellungsraum und Geoportal sowie auch das Areal mit dem Strukturwandelprojekt Saules, dem anliegenden Park, Kindergarten und Feuerwehr lebendig zu halten. Die Tanzdiele Röcknitz fand hier ebenso ihren Platz. Ein kleines Familienunternehmen, welches für Schwung im Ort sorgt. Auch das Multiple Haus im Ortsteil Böhlitz wurde der Jury vorgestellt. Ein Haus, welches den individuellen Bedarfen der Gemeinschaft angepasst werden kann. Hier findet sich unter anderem ein Arbeitsplatz für einen Friseur, ein Arzt kann hier agieren, Physiotherapie oder auch die Hekelgruppe. Die Räume können flexibel gemietet werden. Ein zukunftsweisendes und beispielhaftes Konzept in dem Talwitzer Ortsteil, der seiner engagierten Dorfgemeinschaft sogar ein Denkmal gesetzt hat. Ein gesamter Ort, der flexibel und vorausschauend agiert, sich Herausforderungen stellt und Chancen ergreift. Vieles ist hier in Bewegung, was an einer guten regionalen Vernetzung auch innerhalb des Verbundes des Wurzner Landes mit den angrenzenden Kommunen liegt. Weitere Argumente für Talwitz als Preisträger im Europäischen Dorferneuerungspreis lieferte Bürgermeister Pöge entlang der Reise. Vorbei an einer Allee, an der 400 neue Kirschbäume gepflanzt wurden. Am Ort, an dem ein grünes Gewerbegebiet entstehen soll. Vorbei an vielen bewohnten Häusern, denn hier wird bewusst auf Nahverdichtung statt auf große Bebauungsgebiete gesetzt. Vorbei ging es am Gautlitzberg, der bekannt für sein Bergfilmfestival mit Freiluftkino- und Kletterwettbewerben ist, und am modernen Campus mit integrativer Kindertagesstätte mit Kinderkrippenbereich, Schule, Sportplatz mit Turnhalle und Kegelbahn. Bis hin zum Heimatverein am Ortskern in Talwitz, der auch an diesem Tag eine seiner vielen Veranstaltungen und Aktionen durchführte. Während auf der einen Seite Kürbisse geschnitzt wurden, präsentierten die Vereinsvertreter auf der anderen Seite ihre Arbeit, unter anderem mit der Büchertauschstation. Ein Brückenwanderweg ist eine der Visionen des Vereines, der an der erst kürzlich von der Dorfgemeinschaft neu ernannten Kirschbrücke vorgestellt wurde. Brücken werden hier in Talwitz viele gebaut. Was all die Projekte zeigen, in denen viel Energie und Herzblut steckt, was an diesem Tag deutlich wurde. Einzigartige und innovative Projekte, von denen sich die Jury überzeugen durfte. Ausgewertet wurde der Rundgang dann im Reussischen Hof, ein Wahrzeichen der Gemeinde, welcher nach Brand und aufwendiger Restaurierung nun im Eigenbetrieb durch die Gemeinde wieder mit Leben gefüllt wird. Die Entscheidung, welche der 21 Kommunen aus zwölf Ländern den Preis erhält, fällt im kommenden Winter. Die Preisverleihung findet im Mai 2023 statt.